moin moin meine frischen dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren folge world of final fantasy wir werden hier noch mal kurz bevor wir uns wahrscheinlich gleich dem nächsten boss gegner stellen werden noch einmal kurz speichern und dann geht es auch gleich schon direkt los ja komm das dauert immer am längsten dieses komische synchronisieren mit online oder mit dem internet oder was auch immer so waldsee er ist bestimmt schick wenn wir jetzt schon ja man ist wieder richtig nice aus richtig nice nein oh mein gott kennt ihr sie noch es ist juna aus final fantasy 10 die beschwörungstrülle aus final fantasy 10 jetzt hier ihren tanz vollführt glaube ich ihren seelentanz oder wieder heißt womit sie die seelen den seelen hilft ihren friedlich in friedliche ruhe zu kehren ja genial sie verbinden halt die welten verbinden die welten hehehe we kind of forgot to shrink down too what's your name you know that stop my name is you know lady you know are you Harold have more of you been sent to play wir sind gut wir sind auf der guten seite nicht auf der schlechten sie ruft erst mal weil wahres zur hilfe das kann ja was werden ich bin jetzt ehrlich gesagt ziemlich gespannt ob die sache die mich interessiert und würde auf jeden fall erst mal sagen wir versuchen sie platz zu machen ja sowieso auf sie gerichtet stapeln sich einfach mal ja man könnte ja sonst nichts die werden bestimmt wenn die gleich ihre multi einsetzen früher oder später wenn sie es bestimmt auseinandernehmen protest hat mir nicht wahrscheinlich war das an irgendeinem angelegt der den wir jetzt nicht mehr haben und es vorher rechte klau er hat gesessen aber sie verliert nicht genug leben schon ein bisschen hart aber sie wird bald von ihrem stapel runter können wir so weitermachen schon ziemlich wackelig mag war dass der hat gesessen erst dran egal ich habe ihn jetzt erst mal raus ich hoffe mal dass sie schneller ist als juna so und jetzt können wir mal der andere stapel egal ich wollte ich wollte ein item einsetzen das hätte ich auch nicht machen können egal was schon ist nicht so viel gebracht den stapel zu zerstören eben hier quasi direkt wieder aufgefangen ja man jetzt haben wir aber gerade wieder einen guten damage den wir austeilen auch aber immer noch so viel das wie immer noch viel zu viel weiter auf da immer schön in die fresse nein jetzt kommt die ulti oh gut wir haben trotzdem beide überlebt das geht ja noch dafür dass es die ulti war ich hätte gedacht da kommt ein bisschen mehr nein lan die ist so schnell man weil sie sich so viel gepusht hat oder war aber mal ein volltreffer wer von denen hat jetzt wenn ich sie angreife dann ist sie müsste sie down sein nein und sie wird verfehlt und jetzt ist sie immer noch nicht dauernd park warum hat er das gemacht oder warum hat ach so sie ist quasi dauernd sie wird wahrscheinlich jetzt nichts mehr machen vermutlich egal er muss sich jetzt auf jeden fall noch mal kurz heilen halt auch da ja komm schon ja los 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 sauber wir haben gewonnen wir haben es gepackt und das wird ordentlich punkte geben 4400 steigt der nahe die zweite ich dachte sie kommt noch auf 9 ey das ging ab du hast die erinnerung weil war es erhalten die way you use mirages only lose farna ever held such power over them tell me who are you huh lose farna you said that's our mother hey you're right that was her name listen you wouldn't happen to know this lose farna krass also haben wir irgendwas mit beschwörung an an uns also wir sind quasi beschwörer oh that's the earring the same one mom used to wear what then it's her right i knew i recognized it the ornament on yunistaff roughly 100 years ago a champion from another world saved grimoire her name was lose farna huh mom did that but a hundred years it doesn't make sense mom's a champion and this is some kind of monument to her so you keep saying that lady lose was your mother again may i ask who you are well uh so also wurde das geskippt weil wir wissen wer sie sind weihrd weihrd der Dämon Däod. Luspharna hat das zu verhindern, indem sie die Ultima-Gate gegründet. Eine Brücke zur Heilung, von der sie drei Heralds aus dem Räumen des Gottes. Thus, sie wurde der Grimoire's Champion. Das ist definitiv so, wie etwas aus der Mythologie. Brücken die Gäste zwischen den Worlds ist eine wirkliche Herausforderung. Sie sollte sein toll. Das war sie. Aber leider, obwohl sie die Welt aus dem Dämon Däod, die Heralds, alle drei von ihnen, hier in Grimoire. Und eine von ihnen ist jetzt Brandylus, King of Bahamut. Huh? Aber Bahamut? Das ist die Fäderation, die Kornelia attackiert. Ja. Nachdem sie zu retten die Welt haben, Brandylus und die anderen eine legion von Neu-Mirages und langsam hat sie Kontrolle mit Grimoire's Land, um eine kraftvolle Fäderation. Eine legion von Neu-Mirages. Ron, du glaubst nicht, dass es eine Verbindung zu denjenigen, die wir verloren haben? Du? Das ist nicht möglich. Wir sprechen über 100 Jahre vor. Aber wo sind wir? Ninewood Hills, die Anna Crowe uns sagte, war eine Welt ohne Zeit. Right, Tama? Right, da du bist. Compared mit anderen Worlds, der Konzept der Zeit dort ist, wir sagen, mehr als etwas Ungewalt. Also, wenn Sie wissen, wie lange Sie da waren, dann gibt es wirklich keinen Weg zu messen. Mann, was? Um, wenn Sie nicht meine Frage stellen, was passiert mit Lady Luce? Nachdem die Heralds kam? Nein, wir wissen nicht sicher. Einige sagen, dass sie die Heralds war ein Akt, der sie ihre Leben kostet. Während andere sagen, dass sie als Präsener in der Heralds war. Ihre Freiheit hat immer verloren. Präsener? Was? Dann, wo können wir diese Heralds finden? Ich wünsche, dass ich mir helfen könnte, aber ich weiß nicht, wo wir ihn finden. Nicht nur ich, niemand. Nicht nur die Soldaten in ihrer Armee. Sie sagen, Brandalus hält seine Heralds ein secret. Huh? Wie Sie schützen einen großen, hulgenden Kastel? Hey, mach es einfach! Komm schon, es ist eine legend. Sie werden wirklich alles verwendet über etwas, wie sie auf einem Schraubchen? Sie haben das gleiche Namen. Das muss automatisch sein, dass sie die gleiche Person. Na ja, vielleicht nicht. Aber Sie können nicht mir sagen, dass es nur eine coincidence ist. Sie hören würden? Was? Das alles, was wir erinnern? Wie der Name? Was, wenn es nichts ist wahr? Aber ich denke, dass es kein Problem in erzählen Lohn das zu sagen. Was ist das schon? Oh, vergessen Sie es. Wenn es Bahamut geht, sollte man in einem des Mitgliedsstaates des Mitgliedsstaates und fragen, dort. Saronia liegt weiter nach vorne. Ich glaube, sie haben gerade die Mitgliedsstaaten. Was? Was? Aber ich dachte, Saronia war der Ort, wo wir gehen. Die Prinzessin Sarah muss nicht wissen. Oh, gut. Wir sind schon so weit Ja, wir würden nicht sehr gut auswählen, wenn wir jetzt zurückkommen. Und wir haben gesagt, dass wir die Liga von S. Ich bin wirklich sorry, dass ich mich auf Sie habe. Ich weiß, dass Sie uns helfen. Also, danke. Nein, ich würde mich entschuldigen. Es war falsch, dass Sie etwas wissen, dass Sie nicht dass Sie nicht wissen. ganz durch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr könnt das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich bin da, erblickt das jetzt noch gar nicht. Aber ich denke, das wird mit der Zeit schon noch kommen. Von dem her, der ja, lassen wir das auf uns zukommen. Was hat sie jetzt noch vor? Oh mein Gott. Geflügelte Ritterin. Jetzt frage ich mich, haben wir auch nur mit einer Illusion geredet oder wird uns hier irgendwas, Schokolade hat neue Gegenstände im Angebot, wurde hier uns irgendwas vorgegaukelt. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall werden wir hier an dieser Stelle speichern und in der nächsten Folge setzen wir das Ganze dann wieder fort. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein.